so moin aus berlin und herzlich willkommen zu einem neuen stream hier auf meinem kanal ich teste jetzt aktuell mal ein bisschen rum mit szenen und so weiter man lernt ja dazu und das ist eigentlich ganz cool und wenn ich jetzt in game gehe dann sind wir im spiel drin teilweise sieht mir das immer noch sehr lila aus ich weiß gar nicht warum das immer noch sehr lila aus sehr orange mein ich das problem ist dass ich dieses template irgendwie das problem ist ein bisschen komisch fällt ich muss mir dann noch mal was anders und ich schaue mir mal wie das auf dem stream aussieht ach so die schrift ist in orange naja gut okay ich wüsste jetzt ich wüsste eventuell schon wo ich das ändern kann da muss ich aber mal nachschauen rille so wir gucken mal rille gestern ordentlich felder dazu gekauft was wir hier jetzt in schwarzing noch machen können gott haben wir wieder viel zeit verbummelt schon wieder 17 uhr mensch mensch ok aufi ok ja 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 wir können wir können können wir denn machen können wir denn machen wir können wir können wir können einmal den hoch weg sind wir können wir können wir können mal einmal den können mal einmal den frisie hofen nehmen jawohl ok und wir können ein paar geräte kaufen für den burschen ein paar geräte kaufen wir lassen das jetzt auch mal einfach auf den namen frisie stört ja keinen großen geist wir brauchen wir brauchen sie ist ich wollte reingucken was der für geräte hat nee das lassen wieder auf unseren hof und harren der dinge die da kommen und harren der dinge können wir dann vielleicht unkraut können wir dann vielleicht schon vernichten funktioniert das noch nicht hier ist ja ein bisschen was drauf benötigt kalt und kaut 0 prozent an diesen stellen gedüngt ist auch nur die hälfte gedüngt ist auch nur die hälfte gedüngt ist auch nur die hälfte hm 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 Was soll man tun? Was soll man tun? Die alle schwarz sind, ist mir auch schleierhaft. Die alle schwarz sind, ist mir auch schleierhaft. Ich könnte schwören, ich hätte... Die sind doch hier alle weiß. Ich könnte schwören, ich hätte... Die sind doch hier alle weiß. Da, White Legoron. Warum habe ich denn dann nur schwarze? Warum habe ich denn dann nur schwarze? Das ist doch das Oberfall. Da liegt schon die erste Eierpackung. Na, guck mal an. Da liegt schon die erste Eierpackung. Na, guck mal an. Okay, pass mal auf. Okay, pass mal auf. Okay, pass mal auf. Ähm. 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 Hof Alt, so sieht der aus. Hof Alt, so sieht der aus. Uhi, ein kaputes Auto. Wo finde ich denn die Eierpaletten? Das ist ja eigentlich keine Dekoration. Aber gut, man weiß hier nie. Keine Dekoration. Aber gut, man weiß hier nie. Naja. Nachbarin hat eben geklingelt. Heizung ist mal wieder ausgefallen. Kann mir irgendeiner sagen, wo diese dämlichen Eierpaletten sind? Kann mir irgendeiner sagen, wo diese dämlichen Eierpaletten sind? Escape Paletten. Escape Paletten. Halt. Da. Halt. Da. Halt. Da. Halt. Gehen wir eben Eierpaletten holen. Kann man ja auch mal machen. Gehen wir eben Eierpaletten holen. Kann man ja auch mal machen. Muss irgendwo jetzt noch herausfinden, wie ich die Schriftfarbe in diesem Ding ins Kirchen da ändere, dann ist alles gut. Ding ins Kirchen da ändere, dann ist alles gut. Ding ins Kirchen da ändere, dann ist alles gut. Oh. Oh. Jetzt hab ich völlig übersehen, dass ich noch eine Palette hinten drum hab. Jetzt hab ich völlig übersehen, dass ich noch eine Palette hinten drum hab. Okay. Wat soll's? Es liegt so unten. Wat soll's? Es liegt so unten. Wat soll's? Wat soll's? Wat soll's? Ich muss schon mal Licht anmachen. Ich muss nicht nur Licht anknipsen. Ich muss nicht nur Licht anknipsen. Ich muss nicht nur Licht anknipsen. Aber ich denke, mit der Farbe, das krieg ich hin. Das steht irgendwie in den Alerts selber drin. Da muss ich noch mal an den Alerts selber rausnehmen. So, ob man da am besten nimmt. So, ob man da am besten nimmt. Die KI lässt mal wieder auf sich warten. Aber okay, das stimmt nicht. Die KI lässt mal wieder auf sich warten. Da hab ich mehr Platz für mich. Da hab ich mehr Platz für mich. Ja, funktioniert, ha? Hebt auch die richtige Hand. Ja, funktioniert, ha? Hebt auch die richtige Hand. Nichts verdreht. Nichts verdreht. Du musst ja ein bisschen testen. Spät haben wir den Test. Na, ganz lange werde ich heute nicht machen. Na, ganz lange werde ich heute nicht machen. So, einmal die Muckis anspannen. So, einmal die Muckis anspannen. Die Muckis anspannen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Passt. So, mal einmal rausgucken. So, elf Spanngurte drum haut hin. Alle, die Muckis anspannen. So. Ich lange Gabelstapler unter die Arme gespannt und aufgesieben. Ich lange Gabelstapler unter die Arme gespannt und aufgesieben. Ich glaube, der Regen wird weniger. Ich glaube, der Regen wird weniger. Dann blinke ich ja nicht die ganze Zeit. 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 Du kommst mal mit. Du kommst mal mit. Dann blinke ich ja nicht die ganze Zeit. Dann blinke ich ja nicht die ganze Zeit. Dann blinke ich ja nicht die ganze Zeit. Wo sind die da rein, Neber? Die kriege ich da jetzt nicht mehr rein. So, passt. Steht. So, genau. Mal eben ganz kurz was gucken. Und zwar Stream. Be right back. Sehr cool. Jetzt muss ich mal eben was gucken. Das ist die Social Bar. Okay, das ist das. Dann YouTube URL, das ist auch alles okay. YouTube URL, das ist auch alles okay. Ich muss tatsächlich hingehen gucken. Ich muss tatsächlich hingehen gucken. Maybe a new cheer, so. Maybe a new cheer, so. Steuerung von Cäsar. Okay. Okay, so. Okay, so. Steuerung von Cäsar. Das kannst du so nicht mal rausskopieren. Das ist ja unglaublich. Das kannst du so nicht mal rausskopieren. Das ist ja unglaublich. Das kannst du so nicht mal rausskopieren. 0 0 0 8 100. Quantity 7 9 0. Oh Gott. 2 0 9 0. Tragen wir jetzt überall ein, wo Text ist. Tragen wir jetzt überall ein, wo Text ist. Fertig. So, Support Bar, da ist kein Text, Label Cheer, Label Sub ist Label Cheer, Label Sub ist Label Cheer. Das kannst du nicht mal eingeben, das ist unglaublich. Das passt aber nicht. Wenn man das hier nicht eintragen kann, das ist mir Schleier. Wenn man das hier nicht eintragen kann, das ist mir Schleier. Wenn man das hier nicht eintragen kann, das ist mir Schleier. Dann eben so. Dann eben so. Dann eben so. Dann eben so. Dann immer noch hier. lech fatte. Mal gucken, was das ist. Ja, Entschuldigung, wir kommen jetzt hier gerade nicht wirklich weiter. Okay, das sind die Follower, okay. Okay, das sind die Follower, okay. Label hier. Label hier. Fertig. Gut, umgestellt ist es, dann können wir eigentlich weiterspielen. Gut, was haben wir denn? 14,36. Gut, was haben wir denn? 14,36. Wir werden mal Folgendes machen. Wir werden uns hier mal so einen kleinen Hofladen hin machen, glaube ich. Wir werden uns hier mal so einen kleinen Hofladen hin machen, glaube ich. Gucken wir mal, ob das geht. Gucken wir mal, ob das geht. Gucken wir mal, ob das geht. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Das ist ein Bienenhaus. Das können wir auf jeden Fall auch irgendwo hin schreiben. Bioheizwerk-Beumschule-Baustelle. Es können auf jeden Fall auch irgendwo hin schreiben. Das können auf jeden Fall auch hin schreiben. So ein bisschen Angst, dass ich mir hier meine Straße versaue. So ein bisschen Angst. So ein bisschen Angst. So ein bisschen Angst. So ein bisschen Kies hier hin. So ein bisschen Kies hier hin. So ein bisschen Kies hier hin. So ein bisschen. So ein bisschen Kies hier hin. 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 So schnell geht das. Wenn ich mich nicht benehmen kann, bleibt draußen. Wenn ich mich nicht benehmen kann, bleibt draußen. Okay, okay, wo ist vorne? Brumm, Gefahr ist vorne. Brumm. Okay. Wow, was ist denn hier los, Mann? Wow, was ist denn hier los, Matastrophe? Was ist denn hier los, Matastrophe? Stell ich mal wieder hin. Stell ich mal wieder hin. Stell ich mal wieder hin. Ich habe zwar noch nicht viel Follower, aber wer mir blöde kommt, liegt. Ich habe zwar noch nicht viel Follower, aber wer mir blöde kommt, liegt. Ich habe zwar noch nicht viel Follower, aber wer mir blöde kommt, liegt. Ich habe zwar noch nicht viel Follower, aber wer mir blöde kommt, liegt. Schauen wir mal die Dinger da hin. Irgendwas sagt mir, dass ich diese Hütte hier nicht hätte hinstellen. Die Dinger da hin. 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 Komisch, wenn es auf den Füßen landen soll, dann tut es halt. Komisch, wenn es auf den Füßen landen soll, dann tut es halt. Komisch, wenn es auf den Füßen landen soll, dann tut es halt. Ich hasse so'n Scheiß, ey, ganz ehrlich. Ich hasse so'n Scheiß, ey, ganz ehrlich. Ich hasse so'n Scheiß, ey, ganz ehrlich. Alter, das weißte Warte leckt mich doch an den Füßen, Kerl. Alter, das weißte Warte leckt mich doch an den Füßen, Kerl. Alter, das weißte Warte leckt mich doch an den Füßen, Kerl. Gucken, welche von den beiden das jetzt war. Falschen Verkauf, ja, gleich den falschen Verkauf, aber egal. Falschen Verkauf, ja, gleich den falschen Verkauf. So, komm her, Garage. So, komm her, Garage. So, komm her, Garage. So. So. Geht doch gar nicht so was. 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 Verkaufsautomat nennen. Verkaufsautomat nennen. Verkaufsautomat nennen. Verkaufsautomat nennen. Verkaufsautomat. Ero. successeses. Auf Wiedersehen. Vielen Dank! Untertitelung. BR 2018 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 Hatten wir das nicht schon. Hatten wir das nicht schon. Ich hasse diesen Mist, du ehrlich. Ich hasse diesen Mist, du ehrlich. Ich hasse diesen Mist, du ehrlich. Du kannst von hier nicht mal drunter packen, das ist das Schlimme. Du kannst von hier nicht mal drunter packen, das ist das Schlimme. ehrlich. Du kannst von hier nicht mal drunter packen, das ist ja das Schlimme. hast ja klappen kann. Das ist ja klappen. Das ist ja klappen. Das ist ja klappen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, jetzt dürfen wir nur die blöde Hand nicht wieder nehmen. Blöde Hand nicht wieder nehmen. Das Problem ist, dass dieser Mod, dieser starke Bauer, der stört jetzt. Dieser Mord, dieser starke Bauer, der stört jetzt. Dieser Mord, dieser starke Bauer, der stört jetzt. Dieser stört jetzt. Dieser starke Bauer. Der stört, der stört jetzt. So, ich muss jetzt erstmal tatsächlich diesen Mod rausnehmen. Ich muss jetzt erstmal tatsächlich diesen Mod rausnehmen. Ich muss jetzt erstmal tatsächlich diesen Mod rausnehmen. Ich muss jetzt noch das Terratze machen. Vielen Dank. So starker Bauer, wo ist er denn? So starker Bauer, wo ist er denn? So starker Bauer, wo ist er denn? an jeden Tag an jeden Tag zogen, sie machen hier zogen, sie machen hier zogen, sie machen hier Zahn, Zahn, Zahn. Zahn, 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 Zahn. Zahn, Zahn, Zahn. Ich weiß, dass das zu schwer ist, aber ich will das ja auch nur aufmachen. Ich weiß, dass das zu schwer ist, aber ich will das ja auch nur aufmachen. Ich weiß, dass das so schnell ist. Ich weiß nicht, dass das so schnell ist. Wer ist, wenn du mal diese blöde Holzkiste da drum wegmachst? Muss man sich hier heute über alles aufregen, oder was ist das? Hm 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 Richtig dumme Kiste. Richtig dumme Kiste nicht auf. 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 Aber dieser Dunstkreis von diesem blöden Stapler ist viel zu groß. Richtig dumme Kiste nicht auf. So. Richtig dumme Kiste nicht auf. 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 Ich weiß nicht, wie ich diese blöde Kiste da drum wegkriegen soll, ey. Unglaublich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020